Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herr Bucherli hat gerade gemerkt, dass er uns langsam auf den Sack geht. Er hat jetzt schon mal etwas besser gemacht. Aber keine Idee wäre auf die Idee gekommen, dass man sie jetzt schneien lassen müsste. Er hat es aber gemerkt, jetzt hört er am Freitag auf, am 26. April. Nur leider, Herr Bucherli, wenn wir einen halben Meter Schnee in der Schweigalp haben. Wollt ihr gleich an die Töffe fahren? Wollt ihr gleich an die Töffe fahren? Sicher nicht. Also der Rideout dieses Samstags, der erste in die Toggenburg, Schweigalp etc. Wetter sieht nicht schlecht aus, 14 Grad, aber leider liegt in den Bergen überall noch etwas Schnee. Und das macht wenig Spass dort. Wir haben aber eine neue Idee, weil Herr Bucherli, den trickseln wir jetzt nämlich aus, und ich will den Turm schnell abstellen. Wir machen anstelle vom 27. April machen wir mal einen Sunset Ride an einem Feierabend. Ich suche noch schnell ein Datum, das Herr Bucherli nicht arbeitet. Und keine Idee hat wegen schlechtem Wetter. Und dann mache ich einen Termin, Herr Bucherli. Dann machen wir ihn an einem Freitagabend. Dann treffen wir uns hier am 5. Dann machen wir ein schönes Feierabend-Türchen, bis 8.30 Uhr wieder da. Also, Rideout Nummer 1 am Samstag 27. Cancelled leider. Der Ersatz kommt sehr bald. Im Mai machen wir einen Sunset Ride Freitagabend. Stay tuned. Kommunizieren wir gleich, aber nicht am Bucheriff erzählen. Der Ersatz kommt verschwindet. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020